I want something just like this Do-do-do, do-do-do, do-do-do Oh, I want something just like this Do-do-do, do-do-do, do-do-do Oh, I want something just like this Herzlich willkommen zurück in der World of Warcraft Battle for Azeroth Wir schauen uns hier eine neue, naja, neue alte Funktion einmal an Nämlich den Voice Chat Der Voice Chat kommt mit der nächsten Erweiterung wieder in das Spiel hinein In einer neuen Funktion Apropos habe ich schon erwähnt, dass ich es hasse Wenn ich irgendwo herumstehe, ein Video mache, dass andere Spieler immer total abgehen Ich glaube, Gnome sind sehr anziehend Aber befassen wir uns dann lieber mal mit dem Voice Chat Der wurde also überarbeitet und Blizzard wird die Spieler auch ein bisschen mehr dazu drängen Das Ganze zu verwenden Das Erste, wenn ihr euch so einloggt in BFA, seht ihr, dass ihr neue Funktionen habt Ihr habt einmal hier einen Mute-Knopf Ein Mikrofon, ein Lautsprechersymbol und noch ein Lautsprechersymbol Das eine ist hier die Funktion, um andere Spieler stumm zu schalten Das andere ist eine, um das Mikrofon stumm zu schalten Und hier habt ihr dann die Chats, die ihr euch betrachten könnt Alles, was hier in Welt ist, da könnt ihr keine Ich hasse es wirklich Da könnt ihr kein Mikrofon verwenden Überlegt euch mal jetzt auf Equin, wenn alle Spieler gleichzeitig reden könnten Wie schrecklich das wahrscheinlich am Ende wäre Gerade, wo so viele Spieler unterwegs sind Deswegen beschränkt sich der Voice Chat eben auf eure Gruppe Wir zeigen das Ganze jetzt mal unabhängig vom Battle.net Da gibt es natürlich auch den Voice Chat Aber das hier ist jetzt der In-Game-Voice Chat Also so, wie ihr ihn in-Game dann wahrscheinlich verwenden können werdet Das Ganze ist eben noch eine Alpha Einzelne Elemente davon können sich natürlich durch Feedback als Beispiel noch verändern Mute ist ganz klar, könnt ihr euch stumm schalten Damit dann die anderen Spieler Und hier, da taucht nachher eure Gruppe auf Das zeige ich euch das auch Und ihr habt jetzt hier ein Options-Knöpfchen Da kommen wir dann zu dem Voice Chat Und hier habt ihr die Möglichkeit Ein Ausgabegerät, um abhängig von eurer Systemeinstellung für Sound hier zu wählen Also ihr könnt ja hier den Spiel-Sound ausgeben lassen Was weiß ich, hier über den Monitor als Beispiel Und der Voice Chat lässt sich getrennt steuern Und so könnt ihr als Beispiel einen anderen Monitor Oder im Headset das Ganze ausgeben lassen Dann habt ihr natürlich hier die Lautstärke des Voice Chat allgemein Ich würde gleich von Anfang an das Ganze runterpegeln auf 28 bis 30 Prozent Denn Spieler sind sehr, sehr laut aus Erfahrung in diesem Voice Chat Dann habt ihr hier das Mikrofongerät Da könnt ihr dann euer Mikrofon einstellen Hier als Beispiel Hallo, Hallo, Hallo Und dann eure eigene Lautstärke, die ihr natürlich nicht immer voll aufdrehen solltet Und dann habt ihr hier eine Sensitivity Also wie empfindlich das Ganze nachher sein wird Und die bezieht sich nur auf die Funktion Open Mic Das richtet sich an den Schwellenwert Aber da kommen wir gleich im Detail zu Ihr habt hier die Möglichkeit auch euer Mikrofon zu testen Hallo, 1, 2, 3, ich bin ein Gnom, stehe hier so rum Mann, das Wetter ist toll und von den ganzen Wellen muss ich gleich pullern gehen So, könnt ihr sehen hier, dass es jetzt auf meine Stimme hier reagiert Und mir den Pegel einigermaßen anzeigt Jetzt habt ihr aber die Möglichkeit Zum einen Push-to-Talk zu benutzen Ihr klickt da einmal rein und drückt dann als Beispiel R Und immer wenn ihr R drückt in einer Gruppe Nochmal zu betonen Dann taucht hier ein Symbol auf Was ich euch nachher nochmal zeigen werde Und da könnt ihr mit eurer Gruppe dann reden Das kann natürlich nicht funktionieren Solange wir in keinem Gruppen-Voice-Chat drin sind Instanzgruppen wären als Beispiel Hätten so eine Funktion Das sehen wir dann auch gleich Dann haben wir jetzt hier noch die andere Funktion des Open Mic Das Open Mic basiert auf einem Schwellenwert Damit ihr nicht immer eine Taste drücken müsst Könnt ihr als Beispiel dieses Open Mic hier einstellen Und ab einem bestimmten Pegel Wenn ihr etwas sagt, öffnet sich das Mikrofon selbstständig Das funktioniert wie folgt Im Dezibelbereich messen wir immer im Minusbereich Also als Beispiel minus 100 Dezibel Das würdet ihr gar nicht mehr hören So ab minus 60 Dezibel wird etwas für euch langsam hörbar Man kann dann einstellen anhand einer Dezibelzahl Über diesen Schieberegler hier Blizzard hat auf Dezibelzahlen verzichtet Wahrscheinlich um das Ganze einfacher zu machen Da könnt ihr auf jeden Fall diesen Wert einstellen Alles was über diesen Dezibelwert hier vorne drüber ist Da fangt ihr dann an zu sich euer Mikrofon zu öffnen Die anderen hören euch Alles was da drunter ist Könnt ihr Da bleibt euer Mikrofon hier geschlossen Sonst stellt mal vor Ihr würdet atmen laut Dann würde man das die ganze Zeit hören Das könnte für manche Spieler Außer vielleicht in Goldhain auf Aldor Sehr befremdlich wirken Das Ganze kommen wir zu der ersten Kritik Ist etwas sehr schwierig einzustellen und unübersichtlich Zum einen dieses Mikrofontesten hier zeigt niemals Dass ihr übersteuert seid Egal wie laut ihr da reinbrüllt Ich habe es vorhin probiert Vielleicht ist das noch ein Alpha Bug Es zeigt immer Ist alles super Und das Open Mic einzustellen ist durchaus schwierig Wenn wir die Empfindlichkeit hier ganz runter drehen Auf zum Beispiel 9% Dann könnt ihr sehen hier Das Mikrofon ist geschlossen Das zeigt dieser silberne Balken hier an Man hört mich also nicht Wann nochmal das Man hört mich also nicht Auch wenn ich jetzt sehr laut reden würde Wie zum Beispiel jetzt Wenn ich dann jetzt aber nach vorne gehe Und rede jetzt ganz normal Dann öffnet das schon Sogar schon bei 11% Das ist dann doch schon sehr schwierig einzustellen Und ihr müsstet als Beispiel gucken Setzt euch einfach mal dann später davor Atmet so ein bisschen rein Und ihr könnt schon sehen Bei 48% ist die Empfindlichkeit viel zu hoch 23% Da geht das schon 9% Und dann müsst ihr aufpassen Wie ihr das Ganze einstellt Ich finde es etwas unübersichtlich gemacht Die anderen Funktionen Die der Voice Chat jetzt hat Die können wir gleich nur benutzen Indem wir in einer Gruppe sind Und deswegen machen wir mal schnipp Und begeben uns in eine Gruppe rein So wir betreten jetzt einmal hier eine Gruppe Bei der Insel Expedition Darüber werden wir übrigens noch ausführlich Beim nächsten Mal sprechen Und das erste was ihr gleich sehen werdet Wenn Mr. Ladebalken sich denkt Hey jetzt möchte ich aber auch mal durchkommen Ist was es dann in den Gruppen Mit dem Voice Chat auf sich hat Und da könnt ihr schon sehen Dass hier etwas aufgegangen ist Nämlich dem Voice Chat Für Instanzen beitreten Noch hier nicht ganz übersetzt Instances Hallo Guys Hier konnte man jetzt schon sehen Dass ich immer noch die Voice Aktivierung an hatte Und dementsprechend die auch gleich hören konnten Was ich euch gesagt habe Deswegen mute ich mich einmal jetzt gerade Und da hat der Spieler auch schon geantwortet Übrigens ist es sehr selten Dass andere Spieler einem überhaupt antworten Ich würde mal sagen Von all den Insel Expeditionen Die ich für dieses Video hier gemacht habe Es sind jetzt vier Stück gewesen Hat in diesem hier das erste Mal Jemand tatsächlich gesprochen auch So und wenn ihr jetzt also dieser Gruppe seid Hier am rumkämpfen Und irgendwelchen Affen tötet Habt ihr jetzt hier neue Möglichkeiten bekommen Ihr könnt nämlich jetzt hier zum einen Erstmal sehen Nachdem ihr dem Voice Chat beigetreten seid Dass hier ein grünes Symbol aufgetaucht ist Und dieses grüne Symbol steht natürlich Ihr könnt das Headset schon Und das kleine Köpfchen dort erahnen Steht natürlich dafür Dass ihr in diesem Gruppenchat drin seid Wenn ihr hier jetzt rauf klickt Habt ihr neue Optionsmöglichkeiten Ich muss nebenbei übrigens mal ein bisschen daddeln Sonst wäre das unfair Auch meinen Mitspielern gegenüber So und jetzt könnt ihr hier sehen Dass ihr in diesem Instanz Gruppenchat drin seid Beziehungsweise in dieser Gruppe Und hier könnt ihr euch selbst nochmal muten Oder entmuten Ihr könnt aber auch den kompletten Ton Der anderen Spieler hier ausstellen Genauso gut könnt ihr jetzt sagen Boah der Presikus Der mag ich nicht Den mute ich beim Kämpfen Hier klick Könnt ihr das so machen Allerdings könnt ihr auch noch hier Eure Einstellungen setzen Und zwar wenn ihr einen Rechtsklick Auf eurem Namen macht Könnt ihr hier das Mikrofon Also die Mikrofonlautstärke einstellen Oder eben die Also hier die Lautstärke Eurer Mitspieler So wir mal gucken Ist gerade schwierig hier Oder umschalten von Open Mic Zu Push to Talk Es empfiehlt sich übrigens meistens Tatsächlich Push to Talk zu nehmen Alleine weil man seine Mitspieler Dann nicht so oft mit irgendetwas hier belästigt Genauso gut kommt ihr hier aber nochmal Zusätzlich in die Optionen hinein Wenn ihr hier auf Optionen geht Könnt ihr das Ganze dann hier umstellen Könnt dann als Beispiel hier Wieder die Push to Talk Taste einstellen Oder ähnliches Das Ganze ist natürlich eine interessante Sache Gerade denn erst vor wenigen Wochen Gab es eine sehr große Und gibt es immer noch eine sehr große Diskussion Darüber über das Problem Hass in Boys Chat Insbesondere bei Overwatch Gibt es da große Probleme Dass Frauen zum Beispiel dafür Dass sie einfach nur eine Frau sind Angefeindet werden Jetzt kommt Blizzard schon mit dem nächsten Voice Chat hier an Und hat alleine für Overwatch noch keine Lösung dafür Es ist auch hier immer so bislang Dass man immer gefragt wird Ob man dem Voice Chat beitreten möchte Oder nicht Gleichgültig Ob man Interesse dran hat Oder vielleicht lieber es komplett sein lassen möchte Gibt es keine Option In den Systemeinstellungen hier Diese Frage immer auszublenden Man müsste immer auf das kleine X klicken Und kann sich dann entscheiden Ob man da mitmachen möchte Oder nicht Es ist natürlich möglich Dass sich das noch ändern wird Ansonsten wird es bestimmt Irgendwelche Add-On-Entwickler geben Die das Ganze deaktivieren Aber nehmen wir mal jetzt den Fall Das Ganze passiert hier jetzt wie in Overwatch Und irgendeiner fängt an Hier Leute zu beleidigen Auf einmal dreht hier Testosteron Hier der Testosteron-Spieler hier durch Nein, ist bestimmt ein ganz lieber Was macht man denn da? Man hat jetzt hier zwei Möglichkeiten Zum einen kann man hier beigehen Und kann sagen Spieler melden Für Voice Chat Und das dürfte Fragen aufwerfen Zu denen wir gleich kommen Oder wir gehen hier einfach drauf Und können jetzt hier dann auch nochmal sagen Spieler melden neben Voice Chat Und ihr werdet euch zu Recht bestimmt fragen Wie kann denn Blizzard jetzt feststellen Was ein Spieler so im Voice Chat gemacht hat Es könnte ja auch sein Dass wir hier in dieser Gruppe kämpfen Und einer schreit die ganze Zeit rum Irgendwelche, was weiß ich Rechtsradikalen Ausdrücke Oder beleidigt mich einfach Weil ich ein Gnom bin Dann müsste Blizzard das ja irgendwie Nachvollziehen können Und das wiederum Lässt zwei mögliche Schlussfolgerungen zu Zum einen Das wäre das Wahrscheinlich beste Und gefährlichste System Sie zeichnen alles mit Was hier drinnen Im Voice Chat Passiert Dann wird sich das ein Game Master später nochmal anhören Und dann dementsprechend Die Spieler sanktionieren Das hat natürlich den Nachteil Das alles aufgezeichnet wird Und man nicht weiß Wer noch Zugriff darauf erhält So kann das als Beispiel sein Dass sie ein Gruppenchat macht Oder sowas Und irgendein Fremder hört dabei zu Ob er was damit anfangen kann Sei fraglich Auf jeden Fall würde ich keine Geschäftlichen Angelegenheiten Im Battle.net besprechen Was auch immer Wenn ihr nichts angestellt habt Sollte euch da relativ wenig passieren Die andere Möglichkeit wäre Blizzard reagiert hier Auf Meldungen der Spieler Und dann würde das ganze System Ziemlich uneffektiv werden So könnte es nämlich sein Dass eine dann die nächsten 20 Schlachtfelder oder Insel Expeditionen rumrennt Beleidigt alle Und es passiert gar nichts Bis irgendwann mal der 20. kommt Und dann wird er halt auf gut Glück gebannt Bis heute ist es ja so Dass Blizzard nicht wirklich sagt Was ein Spieler getan hat Sie werden wahrscheinlich auch niemals zugeben Dass sie etwas mitschneiden Zum Kontrollieren Oder ob sie einfach nur Auf die Anzahl der Meldungen reagieren Was dann tatsächlich die Strafe Dafür sein wird am Ende So dann wollen wir auch mal Den Voice Chat in einer Gruppe testen Ich lade jetzt hier einen Bekannten ein Und da gehen wir mal rein So und auch hier ploppt jetzt das Symbol Aus dem Voice Chat für Partybeitreten Das machen wir natürlich Partikling gut Und jetzt können wir wieder sehen Dass dieses Symbol hier grün geworden ist Wenn ich jetzt hier raufklicke Kann ich auch sehen Dass er hier ein Mikrofonsymbol dran hat Er kann also Ja Er kann also selbst sprechen Hallöchen Kannst du mich hören? Ja ich höre dich Klar deutlich Wie ist die Qualität für dich? Sie ist meiner Meinung nach Ein bisschen schlechter Wie auf Discord Aber insgesamt doch besser Also doch verständlich Ich finde das So ganz schön am dröhnen bist Wie ist das bei dir? Also die Stimme klingt so ein bisschen Ja unecht finde ich Ein bisschen niedrige Qualität oder? Ich würde mich auch das gleiche sagen Aber ihr da draußen auf YouTube Könnt euch ja natürlich selbst Ein Bild davon jetzt machen Eine Sache wollte ich noch mit dir testen Galo Nämlich die Voice Activation Wollen wir mal gucken Ob das funktioniert So im Moment Da gehe ich mal in die Einstellung Hier eben rein Und stelle mal um Auf Open Mic Hallöchen Hallo Ich habe es auch die ganze Zeit schon an Also es klappt ziemlich gut Wie geht es dir denn? Ah ich sehe schon Es taucht auf Es scheint zu funktionieren Von der Lautstärke her Auf was hast du das gestellt Gerade bei dir? Die Ausgabelautstärke 50% weniger Was musstest du da einstellen? Ich habe 50% genommen Aber ich habe auch noch gar nicht so getestet Wegen Schreiben und so weiter Wegen Hintergrundgeräuschen Ich weiß nicht Da muss man glaube ich einfach mal ein bisschen rumspielen Und rumprobieren Bis man das Ideale gefunden hat Genau Und das könnt ihr bei euch in der BFA auch machen Wir verabschieden uns hier Danke nochmal Galo fürs Testen Und sehen uns dann die nächsten wieder Mit den Inseleroberungen als Video Macht es gut Und ich bin gespannt drauf zu hören Was ihr von dem Voice Chat Ding so haltet Bis zum nächsten Mal